Und jetzt kann ich da mal einen ersten Blick drauf werfen und man sieht schon, dass es hier relativ viele Linien, wie man es halt so erwarten würde in Geometrie. Wenn man da einmal was nicht verstanden hat, dann hat man da schnell diesen Schneeball-Effekt und kommt dann gar nicht mehr mit. Neben einigen mathematischen Dingen lernt man sehr gut damit, auch einfach Sachen falsch zu machen und massiv an vielen Dingen zu scheitern. Okay, das kommt alles weg. Du hast wirklich recht. Ach scheiße. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt noch kommt. Wenn du die eine anschaust, dann haben wir ein Harmonix-Set. Und das Harmonix-Set ist da. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was du willst. Hallo, ich bin Julius. Ich studiere Mathe und ich muss diese Woche ein Geometrie-Aufgabenblatt lösen. Und die Herausforderung daran ist, dass diese Aufgabenblätter immer sehr aufwendig und auch ziemlich schwierig sind. Man muss die aber jede Woche ordentlich bearbeiten, sonst ist man mit dem Stoff hinten dran. Das Schwierige am Lösen von diesen Aufgabenblittern ist, dass es einfach immer relativ viel ist. Also man muss den neuen Stoff verstehen und dann auf den Aufgabenblättern anwenden. Als erstes werde ich mir jetzt einen Überblick über die Sachen verschaffen, die ich zu tun habe. So Aufgabenblätter, die halten einen auch schon mal wirklich lange wach. Aber gerade so im dritten Semester hatte ich das eine oder andere Fach, wo man dann auch einfach mal schön drei Tage, vier Tage an einem Aufgabenblatt sitzt. Und also mit dran sitzen meine ich wirklich dann irgendwie zehn Stunden am Tag. Und am Ende findet man sich wieder, wenn man verzweifelt irgendwie im Internet googelt, ob es irgendjemand schon mal irgendwie gemacht hat. Mal gucken. Also diese Woche eine Aufgabe, wo man direkt auf dem Blatt konstruieren soll. Das sieht ganz machbar aus. Dann Aufgabe zwei, Splitting Ratio, die hat irgendwie unangenehm viele Teilaufgaben. Das könnte ein bisschen länger dauern. Dann haben wir hier so eine Aufgabe ohne eine Generalization. Das klingt immer schon mal ganz schlimm, weil das heißt, dass man irgendwas, was man in der Vorlesung hat, jetzt dann nochmal in größer macht. Das ist meistens ziemlich aufwendig. Also meine Einschätzung ist, dass die ersten zwei Aufgaben ganz akzeptabel sein werden. Und dann die dritte und die vierte werden wahrscheinlich eher anstrengend. Aber mal gucken. So, welcome back to our video lectures on projective geometry. This time we start a new chapter. We will talk about conics. Conics heißen Kegel. Also ein Kegel ist ja wie so ein Verkehrshütchen, kann man sich das vorstellen. Wenn man jetzt durch so ein Verkehrshütchen durchschneidet, dann kriegt man eben so eine komische Ellipse. Und mit diesen Ellipsen beschäftigt man sich. And we are looking for a point set that is given as a solution set of a quadratic equation. In der Übung werden halt so die ersten paar Aufgaben auf dem Blatt besprochen. Es wird so ein bisschen durchgegangen. Die Sachen werden vorgerechnet. Und dann, wenn wir damit fertig sind, werde ich mir dann den Rest noch anschauen. So, ich lasse mich jetzt... Wir sind jetzt hoher im Achtung. Ja, schon. Aber immerhin sind es diese Woche nur vier Aufgaben. Und die erste ist, glaube ich, recht einfach. Ja. Was ich meine. Also bei der A weiß ich auf jeden Fall, glaube ich, schon was wir machen. Ich glaube auch, die erste ist okay. Ich habe eine Ahnung von der A. Also das sieht schon mal nicht so ganz freundlich aus hier. Viel Text ist nicht gut. Die meisten Studis, die anfangen Mathe zu studieren, die waren in der Schule richtig, richtig gut in Mathe. Also nicht nur so ein bisschen gut, sondern wirklich richtig gut. Und dann macht man eben die recht schmerzhafte Erfahrung, dass es teilweise auch einfach egal, wie viel man sich anstrengt, ob man da jetzt jede Woche seine 40, 50, 60 Stunden abreißt, dass es manchmal auch einfach Fächer gibt, in denen man niemals irgendwie richtig gut sein kann oder der Beste sein kann. Also entweder müssen wir dann das Stück nehmen. Warte, warte, warte. Die auch da durchgeht. Also du musst durch die Null gehen und da am Doktor. Nicht, dass das unendlich auf der anderen Seite ist. Ja. Das ist nicht schön. Es gibt ja immer dieses Klischee, dass Mathematikerinnen vielleicht so ein bisschen merkwürdige Eigenbrötlerinnen sind, die nur alleine in ihren Zimmern sitzen und irgendwie über Aufgaben brüten. Das stimmt zu einem gewissen Extent auf jeden Fall. Also ganz ohne sich alleine hinzusetzen und über Sachen nachzudenken, wird es nicht gehen im Studium. Was, glaube ich, viele unterschätzen ist, wie viel Teamwork man dann auch doch benötigt, um durchs Studium zu kommen. Also gerade in den ersten Semestern ist es halt eine der hilfreichsten Lernerfahrungen, mit anderen Leuten drüber zu reden, wie die an Aufgaben rangegangen sind, was die für Lösungswege haben, eben über verschiedene Varianten zu diskutieren und eben auch selber zu erkennen, wenn man falsch liegt. Also Teamwork im Mathestudium tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das ist die Unendlich-Linie. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ich sehe die Punkte zumindest nicht. Wir bräuchten hier halt noch diesen zweiten, oder? Ich bin ehrlich gesagt auch massiv confused jetzt gerade. Hier sind halt übelst viele Linien. Was ich an meinem Studium richtig schön finde, also da muss man natürlich auch so ein bisschen der Mensch für sein. Aber mehr oder weniger verbringe ich meinen ganzen Tag damit, Rätsel zu lösen. Also es gibt ja auch durchaus Leute, die das in ihrer Freizeit machen und die irgendwie ein Sodoku lösen. Und die Mathematik ist einfach nur immer und immer komplizierteres Rätsellösen, was immer weiter aufeinander aufbaut. Und man kriegt mehr und mehr Möglichkeiten, um Probleme zu stellen und Probleme wieder zu lösen. Es ist natürlich auf eine Art und Weise sehr frustrierend, wenn man sehr lange vor einem Problem sitzt, was man nicht lösen kann. Aber der Moment, wenn es dann Klick macht und wenn man das Problem löst, das hat schon was sehr befriedigend. Das ist schon sehr schön. Ist das nicht... Ja, wir sind verwirrt. Wir wissen ja jetzt nicht, dass zum Beispiel die hier parallel sind, weil wir hier, keine Ahnung, da fehlen uns ja entweder Linien oder... Das ist die Unendlich-Linie. Nee. Nicht? Bei der Konstruktion ist so ein bisschen, ja, ihr müsst quasi sehen, was parallel ist. Okay. Ach so. Ja, also erstaunlich produktiv, würde ich sagen. Wir haben, finde ich, sehr viel geschafft. Das freut mich natürlich, wenn wir das noch machen müssen. Also jetzt die dritte Aufgabe. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance, das noch hinzukriegen. Die letzte, meinst du? Ja, also die vierte Aufgabe, die letzte Teilaufgabe. Mal gucken. Also es sieht... Ich weiß zumindest, glaube ich, was wir machen müssen. Aber ob wir dann drauf kommen. Aber das ist schon mal gut. Und dann schauen wir uns gleich noch eine zweite Aufgabe an. Da weiß ich nicht, wie die geht. Also die habe ich auch zu wenig angeschaut. Aber wäre jetzt schon ärgerlich, wenn wir die extra nicht gemacht hätten, weil wir denken, die kriegen wir hin und dann schaffen wir es gar nicht. Die Arbeitsbelastung im Mathe-Studium ist, würde ich sagen, sehr, sehr hoch. Ich glaube schon, dass man, wenn man Mathe studiert, sich bewusst sein sollte, dass es einer der Studiengänge ist, wo man Vollzeit damit ausgelastet ist. Ja, ich habe, glaube ich, soweit auch alles verstanden. Bei der dritten Aufgabe müssen wir nochmal, oder dieser eine Schritt ist so ein bisschen weird. Aber ich glaube, das kriegt man noch irgendwie hin, wenn man sich das nochmal anschaut. Und jetzt haben wir halt die vierte Aufgabe auch angefangen. Und da würden wir uns jetzt als erstes dransetzen und halt schauen, ob wir die fertig machen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die nochmal so ein bisschen weird wird wie die dritte. Also wenn wir jetzt an einen Punkt kommen, wo wir beide einfach nicht weiter wissen, dann können wir nicht uns melden und die Tutorin fragen, sondern da müssen wir halt im Grunde davor sitzen, bis einer von uns einen Einfall hat. Das passiert schon öfter in den Hausaufgaben vor allem. Das ist eigentlich regelmäßig. Also das ist ganz normal. Wunderschön, oder? Ja, Ratio Equivalently as a Ratio of Areas. Wenn du dir eine anschaust, dann haben wir ein Harmonic Set. Und das Harmonic Set ist da, ich habe gerade gar keine Ahnung, was du willst. Also, das hier ist ein, die TIs sind ein Harmonic Set. Also was hier jetzt rauskommt, meiner Meinung nach, ist, dass B immer in der Mitte ist. Aber das sehe ich nicht, warum das sein soll. Ich kling schon mal A2-B1 mal 1. Okay. Wieso kommt bei mir die 1, bei mir kommt Minus 1 raus, bei mir in der 2. Ja, das ist ja immer Minus 1, exakt. Danke, danke. Und unten steht, warum kommt da 1 raus? Da kommt hier, ah ja, der fern. Wie man kontrolliert irgendwie, ob man die Sachen verstanden hat oder macht. Und dann kommt halt potenziell am Ende des Semesters die Klausur mit dem Bösen Erwachen. Und in Mathe kann man nicht zwei Wochen vor der Klausur sich hinsetzen und die Sachen lernen, sondern da muss man halt das Semester dabei bleiben. Und ich glaube, das ist eigentlich so die wichtigste Fähigkeit, eben konzentriert und diszipliniert an Aufgaben zu arbeiten. Okay, das kommt alles weg. Du hast wirklich recht, ach scheiße. Ich glaube, wir haben die B jetzt tatsächlich gelöst, ja. Also wir haben jetzt hier so die letzte Aufgabe und wir wundern uns jetzt so ein klein bisschen über die letzte Frage, wie sich irgendwann ein spezieller Punkt verhält. Und in unserem Verständnis verhält er sich nicht anders. Ja, mal gucken. Also ich glaube, wir sind jetzt mal so durch. Haben wir jetzt das Richtige geraten oder wollen die ein bisschen was anderes? Aber an und für sich ergibt es schon Sinn, was sie wollen. Aber ich glaube, wir sind gut dabei. Aber wenn wir was falsch haben, dann haben wir alles falsch zugeführt. Nein, ich glaube, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, wir haben das meiste richtig. Ich glaube, bei der letzten Aufgabe ist noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Dann wollen sie noch irgendwas. Ich habe schon Aufgaben gehabt, wo ich einfach aufgegeben habe. Ja, ja, definitiv. Von dem her ist es ein großer Erfolg jetzt. Also nicht aufgegeben und wenn wir jetzt noch nicht komplett einen Unsinn geschrieben haben, ist der Erfolg noch größer. Ich würde jetzt in die Lösung gucken. Ja, die Aufgabe 1 haben wir in der Übung gesprochen. Ja. Jetzt war das wirklich recht. Guck mal, sie haben sogar die gleiche Nummerierung wie wir. Wir haben exakt das Gleiche. Es ist nicht mal schöner aufgeschrieben. Es ist einfach genau das Gleiche. Die Zähne haben wir komplizierter gemacht. Aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Da haben sie ja gar nichts gerechnet. Wir haben es, glaube ich, nicht ganz verstanden, was sie wollen. Aber den Spilt haben wir erwischt. Also in der Klausur wäre es vielleicht nicht so optimal gewesen, weil wir viermal so lange gedauert haben. Also wir haben ja echt lange lang gesessen. Jetzt schauen wir nochmal die vier Letze. Was ist denn hier passiert? Achso, okay. Im Endeffekt exakt gleich. Okay. Fertig. Wahnsinn. Also erstaunlich gut. Alles richtig. Jetzt können wir alles und jetzt gehen wir nie wieder in die Übung. Ich bin mega zufrieden. Ja. Also weil das kann teilweise wirklich, wirklich anstrengend sein, wenn man diese Aufgaben hat und da gar nicht drauf kommt. Und teilweise ist es bei mir auch so, dass ich mir die Lösung durchlese und dann auch immer noch nicht weiß, was genau die von mir wollen. Ist natürlich jetzt in dem Fach schon mal ein gutes Gefühl. Mein Problem ist, dass ich noch zwei andere Aufgabenblätter habe, die ich noch nicht so gut gelöst habe. Also weiß ich noch nicht, wie entspannt ich ins Wochenende gehe. Aber zumindest ist es sehr, sehr gut, dass ich jetzt nicht auch noch Geometrie auch noch da aufgeheizt habe. Also ja, das ist auf jeden Fall ein großer, großer Pluspunkt jetzt. Erstmal erleichtern. Wenn ihr wissen wollt, was man nach dem Mathestudium beruflich machen kann, dann schaut hier in der ARD Mediathek oder für ein weiteres Video klickt hier.